Ding Dong! Und einen wunderschönen Hakuna, meine Tata. Habt ihr wieder Salzprobleme zu Hause? Ja, dann seid ihr genau richtig, denn hier gibt es Salz on Mass. 24-7, heute mit salzigen Grüßen begrüßt sich Deco. Einen wunderschönen, hallo. Einen wunderschönen Hakuna Bonn Salz-Muchachos. Die Nüsschen seien euch massiert und schön, dass ihr wieder am Start seid. Falls ihr wieder am Start seid und ich gesagt habe, boah Digga, ich kann es mir nicht geben, ich schalte jetzt nie wieder ein. Das ist schön, ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Und ja, wir haben einiges vor heute. Und zwar müssen wir anfangen, einen Gigantopithecus zu tamen. Ja, ganz, ganz schnell. Das wird ganz schön scheiße, weil es ein Passive-Tame ist. Ah ja. Und wir wahrscheinlich echt lange brauchen werden dafür. Und außerdem müssen wir los und einen neuen Marewing-Tame. Weil wir nur noch einen haben. Das Problem ist allerdings, wenn ich jetzt losdüse mit einem Marewing und Marewing-Tame, dann ist Marvin hier und hat keinen Sportmittel. Ich komme mit dem Petri nach. Dann kann ich nämlich auch nochmal die ganzen Caves abchecken. Also ich habe jetzt dabei, ich habe jetzt 32 Betäubungspfeile. Ich habe eine Harpune. Das sollte ja eigentlich reichen, oder? Gigantopithecus braucht ja eh keinen Lachs. Der braucht nur ein paar Beeren. Kann ich die gute mitnehmen, die wir haben, die gute? Wofür? Im Marewing? Nö. Nimm lieber einen guten Crossbow mit. Ich habe einen 275er dabei. Das ist schon ganz gut. Dann heißt es Breeden. Deko, wir haben nämlich unseren Stego, der sich hier so reingebackt hat. Der ist jugendlich und dem geht es ganz gut. Den können wir erst mal Salz nennen, oder? Salz. Ich glaube, das ist das Motto seiner Geburt. So, ja, ich brauche jetzt noch ein paar Bolas, die ich noch mitnehmen will. Einfach so sicherheitshalber. Und dann könnte ich auch abzischen. Dann machen wir uns auf den Weg. Ein paar von euch haben gesagt, okay, ist ein bisschen unfair, dass Delta die ganze Zeit seine ganzen Dinos in den Cryopods hat. Da hat man gar keine Chance, sie umzunudeln. Ja, fühle ich. Ihr habt auch recht, aber das ganze Projekt ist ja eh nicht 100% Schwitzo. Sonst wären wir ja schon längst tot. Seien wir ehrlich, sonst hätte Delta uns schon... Wenn Delta schwitzen würde, dann hätten wir die ersten zwei Folgen nicht überlebt. Dann wären wir schon vor 20 Folgen hier weg gewesen. Deswegen alles so ein bisschen mit Humor nehmen. Hast du Cryos dabei? Ich habe zwei Cryos sogar dabei. Okay, ich jetzt auch. Reicht das auf jeden Fall. Und ihr habt uns gesagt, wir sollten demnächst mal umziehen. Da habe ich auch Bock drauf. Dann mal so ein bisschen besser eindecken mit Verteidigung. Ich habe ein Marewing-Eye. Oh, geil. Pack das mal in irgendeinen Schrank. Wir brauchen demnächst das Kühlschrank. Das könnte aber nicht befruchtet sein, oder? Also außer, dass es sozusagen der letzte Schuss gewesen von der letzten Folge. Warte mal, ich lege das mal hier hin. Reicht das? Ich habe auf jeden Fall wieder dazugelernt. Ich habe mir die Kommentare noch nicht angeschaut. Aber ich verspreche mir sehr viel Salz. Und ja, in Zukunft werde ich jetzt nicht mehr mit einem Marewing in so eine Baseballern. Mit einem Argentavis ist das nochmal so ein anderes Ding. Oh, das ist so gefährlich, ey. Schon wieder so eine neue Base hier einfach. Fuck, man. Ähm, Delta hat ja gefragt, ob er in so eine Burg rein kann, ne? Ja, genau. Das ist natürlich für uns eigentlich auch ganz geil. Aber bis jetzt ist es ja, glaube ich, verboten, in Burgen so drinnen zu bauen. Ne, in Höhlen haben wir nur gesagt. Burg wäre so eine Lücke. So eine Gauzone, ne? Ja. Oh, ich habe echt ein bisschen Schiss vorm Strand, ey. Vorm Strand? Wieso? Ja, weil da die ganzen Bases rumstehen. Achso, ja, aber du bist ja mit einem Marewing unterwegs, da kann nichts passieren, ne? Oh, fuck, da ist eine Base. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt hier reinfliege, müsste ich ungefähr zum grünen Obelisken kommen. Wir wissen von Delta, wie gesagt, wir quatschen auch immer mal wieder ein bisschen, dass er noch kein Gigantopetikus hat. Aber er sich wahrscheinlich heute auf den Weg macht, um da ein bisschen abzuchecken. Ich habe ihm leider gesagt, dass man ein blaues Kibbel braucht. Er hat wohl auch ein bisschen blaues Kibbel bei sich zu Hause. Das war nicht so smart, da so ein bisschen Infos zu droppen. Er wusste noch nicht gehabt, ich glaube, er hat nur ein blaues Ei gehabt. Genau, ein blaues Ei hat er, aber dann ist ja sozusagen alles offen, da einfach demnächst mal reinzuballern, ne? Und er hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht ablehnen können. Also, wenn wir das Projekt sofort beenden wollen. Nämlich drei Leben von uns im Tausch gegen eine gute Flachrüstung. Ein Teil von ihm. Das finde ich unverschämt, Alter. Ist das ein gutes Angebot oder nein? Hauptsache, Digga, einfach gegen ein einziges Rüstungsteil, drei Leben. Das ist eben Delta, ne? Oh, da kommt ein roter Job runter. Oh, check this out. Auf dem Weg zum grünen Obelisken. Ich bin jetzt by the way gerade angekommen. Nice. Direkt beim grünen Obelisken werde ich mal abchecken, ob hier vielleicht wieder ein paar Mavings im Wasser rumgammeln, Gämmeln, die man easy... Ja, ja. Da schwimmt auch schon was, dann gehe ich einfach runter ins Wasser, damit ich hier beim Delta gelatzt bin. Ich muss nochmal ganz kurz zurück. Ich habe, glaube ich, einen Mammutsattel. Ist jetzt zwar so semi, aber vielleicht haben wir irgendwann Mammutsfall. Was sagst du dazu? 186 Mammutsattel und Pulmonoskorpionssattel. Ja. Ist in Ordnung. Also ich würde sagen, warum haben beides nicht, aber... Für Zahlen, die bunkere ich erstmal draußen wieder in der Kiste. Okay, wir haben leider Pech. Oh fuck, nein. Ach du Arsch, gefickte Mistbedürrte. Ich glaube, ich sterbe nicht. Kann man auch nicht so beschaden. Was hast du wieder? Eine Base entdeckt? Nee, ich habe hier... Ich wurde von einem... Mikroraptor. Oh. Von meinem Mair Wing runtergelachst. Die kleinen Chaco's. Da ist noch ein Mikroraptor. Ähm, leider ist hier im See nur ein einziger Mair Wing und der ist Level... Oh, ist noch ein Level 50. Dinger, gib mir ein... Also ist mir scheißegal, was für ein Level er hat. Du kannst mir auch ein Level 1 Mair Wing geben. Vielleicht nur von... Schnell von A nach B kommen. Ich werde das jetzt nicht mehr in die Basen rein yeaten. Also sollen die auch züchten dann, ne? Ja. Aber... Also soll ich echt den 50er nehmen? Also wäre ich vollkommen d'accord mit, ja. Wenn du das gar nicht willst, dann nicht. Und ja, wir können leider immer noch nicht auf euer Feedback eingehen, ob es besser ist, Delta anzugreifen oder zu bowlern, einzunetzen, wie auch immer. Das ist ja so oder so ein bisschen schwierig. Er hittet uns einmal und dann war es das auch schon wieder. Ja, was? Ich glaube, Delta ist bei mir. Ja, der sucht wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich wurde angefrackt. Er hat eisgallt den Mair Wing umgebracht. Nein. Dinger, dieser Nixgönner, ey. Er killt den Level 50 Mair Wing, ne? Achso, ich dachte, er hat dein Mair Wing umgeklatscht. Nein, 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 mein nicht, der dich tamen wollte. Ey, dieser kleine Arschficker, alter. Ich schmeiß die Sachen erstmal hier rein, weil ich Angst habe, dass ich die Sachen verliere. Deswegen, das nehme ich nochmal mit, das und das. Aber sonst die schweren Sachen lasse ich erstmal hier. Ey, Junge, Delta, ey. Einfach, please, ey. Oh, ich habe den neuen Dino gefunden. Der ist in Level 150, 140 sogar. Also, du meinst den neuen Dino, dieser Giga, oder wie? Ja, Karach, 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 Karcharodontosaurus. Ja, und ja. In Level 140. Dinger ist aber schon ziemlich broke. Da steht nicht immer dabei, was der brauchen würde zum tamen. Ey, wenn er sich den holt, das ist ein Passiv-Tame. Den musst du essen, also du musst du so tote Tiere hinwerfen. 71.000 Hilfe. Dinger. Fühlt natürlich dann weniger, aber ist schon ziemlich crazy. Okay, ich bin jetzt gleich auch da. Ich habe erstmal ein bisschen zu Hause gelassen. Oh, oh. Ich habe einen guten roten Drop gefunden. Oh, okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, der Delta ist da ja wahrscheinlich noch in der Nähe. 258% Assault Rifle Blueprint. Oh, ja, Deko, nice. Alter, ey, da machen wir es genau wie Delta. Ansoften die ganze Zeit. Und dann mit Flinte nachschießen. Das wird aber richtig teuer. Das wird richtig viel Polymer fressen, die Scheiße. Alter Schwede. Ja, noch einen Bauplan für eine Ghillie-Handschuhe, aber nur mit 79 Rüstungen. Und einen Bauplan für einen Rockdrake-Sattel mit 110 Rüstungen. Okay, ich bin jetzt übrigens auch im Redwood-Biom und schwänze hier ein bisschen rum und gucke, ob ich irgendwas finde. Aber ich habe, glaube ich, erst ein... Kruste mit Lupe, dass er zurückbringt, ne? Ja, ja. Willst du an... Ah, nee, du weißt nicht, wo die Höhle ist, ne? Das hätte ich gesagt, Kruste mal vorbei, Brudi. Nimm mal die Longneck-Rifle mit. Ich weiß nicht, wo die Höhle ist und ich habe auch Angst vor... Also, ich werde sterben in den Höhlen. Oh, was haben wir hier noch? Oh! Wir haben noch zwei befruchtete Maring-Eier. Oh, geil, Digga. Ausbrüten, ausbrüten. Sofort, Brudi. Das sind seine Kinder. Das sind seine Kinder. Ich habe jetzt einen Gilly-Helm, aber das war's. Scheiß drauf. Craftet ihr einfach den Scheiß zusammen. Ja, geht nicht, weil wir haben keinen Polymer. Echt? Für die ganzen Sachen brauchen wir einen Polymer? Gilly braucht Polymer. Für die Basic-Sachen? What the fuck, ey. Aber haben wir nicht... Ah, nee, wir brauchen organisches Polymer, sogar. Ich wollte sagen, mehr haben wir eigentlich. Aber normales Polymer geht anscheinend nicht. Versuch mal, ob es vielleicht doch geht. Ich pulte das nicht dafür, auf jeden Fall. Ah, ich glaube, das geht nicht. Du brauchst da schon das, was da steht. Du kannst nur organisches Polymer durch... Oder für Polymer einsetzen. Das auf jeden Fall. War andersrum nicht. Ne. Das heißt, wir müssen wieder... Pinguine knüppeln! Pinguine-Klatschen! Oh, wir haben doch sogar so einen 150er-Prozent-Knüppel. Wobei, das hat letztes Mal nicht ganz so viel gebracht, oder? Hat nicht sonderlich viel gebracht, ne? Stimmt, wir hatten ja mal so einen richtig brutalen... Giga, ich fühl mich so hobbylos. Ich warte jetzt aber eben ganz kurz darauf, dass die Mairwings hier schlüpfen, ne? Da hab ich die irgendwie so ein bisschen... Ja, wie lange dauert das? Eine Minute 40 noch. Okay, ja, das geht ja. 140er Mairwing, alter! Boah! Soll ich den 10? Ja, klar. 140er? Ja. Ja? Okay. Ich meine, wir haben ja jetzt die beiden Babys, ne? Also einfach, ich kann's einfach machen, ne? Also... Es dauert ja nicht lange. Aber die Babys werden auf jeden Fall auch gut. Die haben ja... Die Eltern waren Level 218 und... 182. Okay. Die werden auch ungefähr... Boah! Das geht ja richtig schnell. Also den auf jeden Fall downballern. Heftig. Wir brauchen, ähm... Acht großes Filet für den Jürgen, ey. Ein Kano dann hier oben klatscht schon oder so? Ja, ich hab jetzt leider nichts dabei. Ich bin, äh... Ja, normale Pfeile könnte ich versuchen, da ein bisschen rumzubülzen. Ja, kriegen wir hin. Okay. Den kann ich ja auch einpacken, den Kano, und dann knürz ich drauf. Okay, erstes Baby ist jetzt gleich fertig. Der ist doch genug vom, äh... Ja, beide fertig. Nein, jetzt muss ich mal gucken, dass die ein bisschen vom... Klaxigonier oder so. So, einmal bitte nachladen. Baby. Zieh die hier ein bisschen weg, dass du nicht so im Feuer stetig ist, die verbrennen, wenn wir weg sind. Hallo! Ihr Entensteins, guck mal her, hier. 261, der Maggio. Boom, boom, boom. Ja, also bisher können wir uns immer so ein bisschen über Wasser halten, indem wir, äh... Die Arena-Fights gewinnen. Das funktioniert echt immer sehr, 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 sehr gut. Ja, wenn nicht, werden wir auch schon vorbei, Alter. Mehrfach. So, du meintest Spitzhacke für Prime Meat, ne? Wegen Fleischspieß. Oh, zehn Rohes Filet, das passt doch. Easy, weasy, Broly. Okay, die Babys sind hier. Die Nanny müsste dir auch versorgen. Mhm. Ähm... Ach so, wenn du da bist, kannst du gerade ein Dino rauswerfen? Hä? Kannst du gerade ein Dino rauswerfen? Hast du einen Cooldown? Ich kann ein Dino rauswerfen, ja. Du kennst sogar beide rauswerfen, ne? Ähm, die brauchen nämlich mehr Stego-Babys. Wird sie die schon mal irgendwie oben, unten? Wir haben kaum Platz dafür, ne? Fuck, ey. Aber irgendwo rauswerfen, damit die schon mal wieder machen sehr viel Liebe. Hallo? Ja, ich kann sie ja nicht draußen rauswerfen. Dann kommt Delta vorbei. Ja. Sind das die beiden... Äh... Und wo ist der Mairway, Broly? Doch, dicke Ute und Riesenherbert. Und aus der Sorge, den Jedi. Ich fliege mal hier so ein bisschen durch die, durch die Berge. Also am Strand hast du jetzt keinen Arsch gesehen, ja? Ey, da war nix. Ey, wo sind diese Affen? Da sind Agentavis. Hier ist ein Spino. Oh, Level, Level, Level. 25. Oh, super scheiße, super scheiße. Super Luchmine Schwanz. Hier wäre mal ja ordentlich Metall. Wahrscheinlich cruise ich gleich wieder in irgendeine Base rein und bin wieder tot. Weil müssen wir auch wieder ordentlich sammeln. Ja, demnächst auf jeden Fall. Army. Ein. Meinst du, die sind im Winterbiom irgendwie so ein bisschen unterwegs? Ja, hat Delta gesagt, glaube ich, ne? Aber er meinte ja auch, dass da die Megatheriums... Wobei, die Megatheriums waren da zumindest auch. Aber auf der kompletten Suche nach Megatherium im Winterbiom habe ich nicht einen einzigen Rassauf gesehen. Stimmt, ich auch nicht. Da würde ich mich, glaube ich, dran erinnern. Megatherium 15 habe ich hier noch. Megatherium 95. 16 in HP. Oh, der ist gar nicht so scheiße, ey. Weiblich. Was haben wir für einen? Ich nix. Hallo? Oh, da würde ich echt überlegen, ob ich mir den snacke. Aber du meintest ja, der ist nicht einbowlerbar, ne? Also einnetzbar. Jo. Oh, das ist schwach, ey. Das ist richtig schwach. Dann lass den erstmal da. Ich weiß ja, wo der ungefähr ist. Ich hoffe, der überlebt. Oh. Ha. 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 Oh. Was hast du? Alter, P-Fa-P-Base. Alter Schwede, ey. Und? Ich war gerade am hovern, ey. Ich habe nur zwei Schüsse abbekommen, zum Glück. Digga, das ist so gefährlich. Ach, die Scheiße ist so groß. Da ist auch schon wieder eine und zwei ziemlich große. Meine Fresse, ey. Ist irgendwas in der Burg? Warte mal, ich muss mal kurz schauen. Ist hier was in der Burg? Ich glaube, die sind häufiger mal in Burgen. Ich könnte mich beim letzten Projekt daran erinnern, dass auf jeden Fall so ein Rassaf in der Burg drin war. Wir haben auf jeden Fall Mähwings. Digga, hier sind so viele High-Level-Mähwings auch. In der Burg im Redwood-Biom oder was? Ja, ja, ja. Also damals. Ja, so in Burgen waren auf jeden Fall... Da waren immer so ein paar Rassafs unterwegs, ne? Die Rassafs, ja. Ich bin fast mit mir überlegen, ob ich jetzt zurückcruisen soll, um ein paar Pinguine zu klatschen und dir dann so ein bisschen die Arbeit zu geben, weil die ganze Zeit beide jetzt irgendwie nachschauen, ist auch ein bisschen trocken jetzt, oder? Naja, das stimmt vielleicht. Ja, willst du Pinguine klatschen gehen? Aber die Pinguine brauchten wir jetzt für die Juristung, ne? Ja, und für das MG, Polymer brauchen wir wahrscheinlich. Aber dafür reicht normales Polymer. Ja, ja, aber... Mal ist das für 2000 oder so. Das ist nichts, Brudi. Das ist absolut nichts. Ich glaube, das Gewehr kostet 800. Und dann... Und wir haben zwei gute Flippen jetzt noch, ne? Wir brauchen Crafting-Skill-Potion. Haben die Montageos jetzt auch schon 2000 Mal gesagt. Da müssen wir auf jeden Fall reingehen. Oh ja, wenn wir... Ja, wenn wir die Blutlins craften. Kann ich ja mal gucken, was für einen Scheiß wir dafür brauchen. Ähm... Crafting... Hier. Seltener Pilz. Scheiße, wie... Seltene Blumen. Oh, wo kriegen wir denn... Also seltene Pilze, glaube ich, kriege ich gleich klar. Aber seltene Blumen, Brudi, keine Ahnung, ey. Also seltene Blumen gibt's im Biberdamm. Soll ich den mal abchecken? Was seltene Pilze gibt, keine Ahnung. Digga, seltene Pilze waren richtig easy in meinem Aberration-Gebiet. Gibt's hier auch, ich weiß noch nicht wo. Aber ja, in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall nochmal auf den Mabwing steigen. Dann ein paar... Pinguine klatschen, dass wir uns vielleicht, äh, ein schönes MG machen können. Und... Ich hab'n Gettel-Pickluss. Nice! Welches Level? Scheiß drauf. Vier? Fünffünfzig. Egal, Digga, nehmen wir. Nehmen wir. Äh, und ich hab noch... Äh, doch, ich hab... Oh, fertig. Ich hab, äh, fertige Gilly-Hosen gefunden noch noch. Digga, er ist... Wo ist dieses Glück? Wo wurde es geschmiedet, ey? Ja, mal... Ja, mal drei. Ich hab nur gar keine Barys dabei oder so. Ja, also, der braucht nur ein paar Mejo-Bärs. Ey, es tut mir ein bisschen weh, dass Level fünffünfzig ist, ey. Ey, egal. Aber wir müssen auf jeden Fall mitnehmen. Haben ist besser als brauchen, Digga. Das ist meine Devise. Oh, jetzt greifen mich irgendwelche Arsch-Kompis an, ey. Ich glaub, ich hab ja noch ein Megatherium gesehen, gerade. Digga, du hast auf jeden Fall bessere Augen, ey. Ne, das ist ein Hirsch. Irgendwo war doch hier gerade so ein... Riesen-Bär, der sich hingestellt hat. Hier rein? Hier war das, ne? Ja, okay. Also, wir checken jetzt noch mal kurz die Höhle ab. Deko holt jetzt ein paar Mejo-Berries. Und dann haben wir zumindest schon mal den Gigantopithecus auch... Ähm, kannst du seine Werte checken? Der muss ja hauptsache Leben und Damage, ne? Das ist das, was zählt. Ähm, er hat 6 im Leben und 8 in Damage. Und dafür 11 in Gewicht und 10 in Sauerstoff. Okay. Also, die Werte sind halt allgemein noch nicht so hoch auf dem Level. Ja, die sind nicht ganz so geil. Ich habe, ähm, ziemlich viele Schneesachen-Blueprints jetzt hier in der Höhle. Die werde ich gleich nochmal abchecken. Die sind gar nicht so kacke. Also, ich hab noch nicht die Daten genau gesehen, aber... Kann was werden. Jetzt hab ich auch nochmal einen wooden Club bekommen hier. Nice, Digga. Nehme ich noch mit. Oh nein, was? Warte, warte, warte. Digga, ihr scheiß Arsch-Kompis, verpisst euch! Ja, also, ich treff sie, aber es zählt nicht. Ich schmeiß nochmal kurz was weg. Ja. Ja, jetzt kommt noch ein Terrorbird. Der Terrorbird greift meinen Mairwing an. Alle greifen meinen Mairwing an. Solange der Lack überlebt, Jeno-Dun schmeiß ich mal weg. Jeno-Dun brauchen wir wahrscheinlich nicht. Okay, der Terrorbird ist nicht gut. Oh. Okay, wie viel Damage machst du? 44? Ah, okay, das find ich nicht. 71? Oh. Okay. Okay. Kurz wegdrehen. Okay, es hat zum Glück funktioniert. Ich will nur noch den scheiß Blueprint haben. Dann bin ich hier weg, Brody. Dann bin ich hier doch einfach weg. Okay, ich geh schon mal ran an den Lachs. Waffe wegstecken. Uh, okay. Mejo Berry sind auf 0. Also, Muchachos, bist du sonst ready, in die nächste Folge zu jenen? Ich bin ready, in die nächste Folge zu jenen. Dann gehen wir nochmal gleich kurz die Rüstung durch. Ich glaube, die ist gar nicht so scheiße. 11% habe ich gemacht mit einer Mejo Berry. 11%, okay. Ja, dann knipst du jetzt eh ein bisschen an seinem Arschloch. Ich werde in der nächsten Folge... Ich werde jetzt erst mal richtige Affenärsche mir angucken. Okay, also ich habe nämlich einmal 388 Hose. Ziemlich geil, ne? Ja. Brauche eiskalt 6000 Pelz, Diko. 6000. Alter. Und, äh, und, äh, 1000 Metallbarren. Und, ähm, nochmal 252% Pelzjacke. Auch 5400 und 800 Metall. Digga! Ja! Aber, ich glaube, wenn wir, wenn wir das haben, dann haben wir schon brutal viel Rüstung, oder? Also, oder? Oder alles craften, ja. Flack wäre natürlich geiler, aber... Wäre viel geiler. Wir haben es jetzt erst mal im Portfolio, Muchachos. Daumen nach oben ballern. Heute mal kein PvE-Dem verloren. Ist denn schon Weihnachten? Deko fast. Ich wahrscheinlich auch zweimal kurz davor gewesen. Daumen nach oben ballern. Dankeschön für euren Support. Sorry, heute gab es keine Salzdusche. Bis dann, reingehauen. Äh, ciao, ciao, Muchachos.